Hallo zusammen, ich bin Oliver Erzinger, ich bin Projektleiter bei der Firma Implenia. Ich bin zuständig für unsere Tunnelbaustelle am Gotthard. Heute ist ein besonderer Tag. Wir sind hier im Werk der Firma Hererknecht in Deutschland. Hier ist in den letzten elf Monaten eine Tunnelbohrmaschine konstruiert und aufgebaut worden. Jetzt steht sie zum ersten Mal komplett hier. Wir können jetzt in den nächsten Tagen alle Funktionen testen und überprüfen, ob sie in dem Einsatz, den sie am Gotthard haben, gewachsen ist. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Maschine oder auch zum Projekt, könnt ihr uns gerne stellen.